Es wird mal wieder Zeit für einen guten alten Spot an der alten Festung. Schön gechillt, mit komplett viel zu großem Equipment, auf dicke Dinger. Und da gehen sie glaube ich auch schon rein hier wieder. Ja, da ist auch schon was dran. Schön entspannt auf die dicken Brocken hier. Zack, auf die Amura-Algen. Und ich muss sagen, so mit 6 Kilo, fast 7 Kilo ist das schon mal nicht so schlecht. Kann man schon mal machen. Schmeckt. Mehr davon. Jetzt bloß in Frequenz. Ich stand hier am letzten Tag. Jetzt haben wir gerade die nächsten Morgenstunden. Ich habe gerade nochmal, beziehungsweise ich stand irgendwie nur kurz am letzten Tag. Da war aber Sonnenschein. Und da war hier doch deutlich mehr Frequenz. Und da habe ich mir gedacht, ach komm Alter, gleich mal gucken. Vielleicht am nächsten Tag gehst du mal neu hier hin und probierst du nochmal aus, ob denn da was geht. Ja, jetzt natürlich die große Hoffnung, dass da was geht. Denn das Wetter ist jetzt nicht mehr so ganz sonnig. Es kommt gleich nochmal so ein bisschen Sonne. Und ansonsten ist es eher mäh. Warum die Sonne? Weil ich hier gerade mit so richtig schön exotischen Früchten dran bin. Bisschen süßlich das Ganze aufgebaut. Lecker Banane. Und mit der Banane zack ab ins Wasser. Und ja, entlüpter Lachs. Jetzt wie gesagt gerade erst frisch ausgeworfen. Und ja, naja, immerhin schon mal den Giebel gefangen. Sagen wir mal so. Und PVA hatte ich jetzt, also Futtermische hatte ich jetzt auch gerade reingeschmissen. Ganz frisch. Mal gucken, ob sich das positiv auswirkt oder wie sich das auswirkt. Wir können ja nochmal kurz reingucken direkt ins Set. Ich habe ein bisschen Variation drin. Ich habe hier zum Beispiel auf der ersten hatte ich nochmal Standard mit braunem Vorfach. Und hier habe ich das grüne Blei, alles in grün. Ich bin gespannt, also ob es da irgendwie einen Unterschied gibt. Bisher hat braun noch nicht einmal gezuppelt. Ob die sich dann tatsächlich doch eher an die grünen Vorfächer und Blei orientieren? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Halten wir einfach mal ein bisschen im Blick. Ja, vom Gesamtsetup ist es natürlich die klassische Fortuna Carb. Also Carbfensetup mit der Tagara 32 Kilo Schnur. Ledcore in 31 Kilo. Und dann natürlich alles in grün. Wie gesagt, die beiden sind wichtig. Die Komponenten Vorfachsfarbe ist nicht entscheidend. 1-0er Haken. Ich bin ein bisschen auf die dickeren gegangen. 1er Haken wäre mit Sicherheit auch durchaus drin. Und dann hier im Pop-Up Rig. nur Mais, Doppelkorn-Mais auf Basic. Das ist immer die Variante, die ich teste. Auch in der letzten Stunde, also am letzten Tag, wo ich als erstes hier stand zum Testen, stand ich hier natürlich ohne PVA. Ohne irgendeine Futtermische, die ich reingeschmissen habe. Heißt also, das ist für mich immer die Variante erstmal nur zum Testen. Also Mais rein und dann Aromen testen. Das ist so das A und O. Passt das denn mit der Banane zum Beispiel? Und die Banane konnte ich leider nicht ausgiebig genug testen in der letzten Stunde, weil ich keine Bananen-Mais mehr hatte. Und deswegen musste ich dann eh, dann habe ich irgendwann einfach ausgelockt, schnell zurückgeportet sozusagen zur Festung und dann wieder eingelockt und dann ab dafür. Apropos, wenn ihr zur Festung wollt, ihr habt die Bananen-Mais, ihr habt nicht genug Bananen-Mais zur Zeit nur noch zu kaufen, die 300er-Pakete oder sind es die 600er-Pakete für 300? So war das glaube ich, ne? Banane, das sind die oder die 700er-Pakete oder 750er oder was das auch sind, die auf jeden Fall sind zu kaufen für 300 noch was Silber. Ja, so war das. Ja, also wenn ihr hierher wollt und das nachmachen wollt und ihr habt keine Banane mehr, ab zum Volchow. Da ist das preisliche auch immer sehr schick. Da kann man das machen. Was hat noch funktioniert? Es funktioniert nicht nur die Banane hier an der Stelle. Es hat auch sehr gut funktioniert der milchige Pfirsich, der normale Pfirsich. Erdbeere war nicht ganz so gut bei mir. Johannesbeere war okay. Tja, das waren so jetzt die, die ich am meisten getestet habe und am längsten getestet habe. Und hatte ich noch Sahne dran? Ne, Sahne hatte ich nicht dran, aber Sahne könnte man auch nochmal testen. Die einfache normale Sahne wäre vielleicht nochmal gar nicht schlecht. Und jetzt bei diesem trüben Wetter vielleicht doch auch nochmal ein bisschen was, was ein bisschen würziger ist oder vielleicht sogar nochmal ins Fischige gehen, könnten wir natürlich auch noch machen. Im Moment teste ich jetzt gerade erstmal hier. Also, wer es noch nicht erkannt hat, das ist hier an der alten Festung unten direkt am Fuß, quasi hier auf der Brücke. Ich habe geklippt tatsächlich und zwar genau da vorne hin. Von mir aus hier gesehen sind das 10 Meter. Wenn ihr natürlich jetzt hier steht, keine Ahnung, sind es vielleicht nur noch 9. Aber von hier aus waren das jetzt 10 Meter und das passte. Und ja, bis dato bin ich damit ganz zufrieden. Guck mal, der ist jetzt ganz klein. Was ich natürlich noch gar nicht gemacht habe, das könnten wir mal eben machen. Einfach mal so für den Spaß. Ich nehme mir mal, wo ist sie hin? Ich nehme mal meine Spotrot. Und ziehe einfach mal hier vorne durch. Ich weiß nämlich gar nicht, was wir hier für einen Untergrund haben. Ich vermute einfach mal, dass es grasig und grün ist. Schlammiger Untergrund. Guck mal da. Guck mal da, guck mal da, guck mal da. Schlammiger Untergrund, schlammiger Untergrund. Alles schlammiger Untergrund. Komplett schlammig. Nichts mit grün und grasig. Weil das hier so grün ist, habe ich gedacht, Alter, das ist bestimmt grün und grasig. Ist es gar nicht. Werfen wir nochmal da vorne hin. Da war es auch gar nicht schlecht vorhin. Wo wir schon mal gerade dabei sind. Schlammiger Untergrund. Auch da. Jetzt sind wir auch immer noch schlammiger Untergrund. Na, vielleicht ist das auch der Grund, warum die Aale sich da so schön... Hier war ja auch immer klassischer Aalspot. Die schlingeln sich da durch den Schlamm oder auf der Suche nach was zu fressen. Ja, komplett schlammig. Also ich baue direkt wieder um. Ich will gar nicht hier die grünen Vorfächer und die grünen Bleie dran haben. Ich bleibe auf braun und schlammig. Es ist doch mal gut, dass wir das nochmal getestet haben. Dementsprechend bleiben wir jetzt hier. Also das Litcore. Wobei, ich hatte doch noch jetzt die Tage noch ein anderes geholt. Dieses hier. Genau, ich baue mal dieses dran. Und das Blei. Sand und Lehm. Nehmen wir mal Ditte hier. So. Wie gesagt, Vorfach war ja wurscht. So bleiben wir. Das hier ist die Route Nummer 1. 10 Meter ist immer noch geklippt. Und wir ballern raus. Oh, das war jetzt aber das letzte PVA. Ich darf nicht so viel reinschmeißen hier. Wir wollen ja nicht überfüttern. Und auch hier baue ich jetzt um. Baue aber auch direkt das PVA ab. Blick ins PVA machen wir natürlich auch noch gleich direkt. Ich baue mal eben hier auf dieses um. Das bleibt so wie es ist. PVA runter und raus. Zack. Ja, und dann ist der nächste Punkt. Also ich hatte gerade innerhalb von wenigen Minuten 6, 7 Amure. Alle im Bereich unter 10. Aber ich sag mal so zwischen 5 und 10. War richtig gut. Keiner dabei, der unmaßig ist. Hat richtig gut reingeballert. Das war jetzt wie gesagt in der Stunde, wo es hier sonnig war. Und mit den verschiedenen Aromen. So. Da gehen wir trotzdem noch mal. Ich suche mal eins, was ein bisschen kürzer ist. Habe ich nicht noch ein kürzeres? Das ist hier 15 Zentimeter. 15 Zentimeter. Banane bleibt. PVA ab. So. Und dann auch noch mal rein. Okay. So. Neu zusammengebaut. Neues Glück. Hier ist jetzt noch mal das PVA drauf. Da gucken wir natürlich jetzt noch mal eben rein. So ist es zusammengebaut. Ich habe mir irgendwie alles, was ein bisschen bananig ist, einfach zusammengeklaubt, was ich gerade noch in den Taschen hatte. Auch hier noch mal wieder auf Doppel-Pellets und gemahlene Banane. Das heißt, es ist schon viel. Es sind viele große Partikel drin. Weizenkleie als Basis und Bananenaroma. Also es ist übelst bananig. Da hat momentan an der Stelle, glaube ich, nicht viel anderes noch Platz. Was ich auch vorhin getestet habe, war zum einen hier vorne. Von hier aus, zack, da vorne hingeworfen. Hat auch funktioniert. Einfach da in diesem Bereich. Und genauso gut, auch hier ein bisschen weiter, direkt hier in dem Bereich an den Seerosen. Hat auch sehr gut funktioniert. Konnte man auch gut hinwerfen. Passt. Also alles von hier aus oder von hier aus. Den Clip müsst ihr halt einfach mal ein bisschen testen. Den Clip hatte ich, ich habe einfach nicht geklippt, sondern so aus dem Handgelenk rausgeworfen. Wenn das jetzt hier gerade nichts wird, werde ich gleich den Spot ändern. Das ist mir jetzt schon hier viel zu ruhig. Entweder ist es jetzt schon überfüttert oder die Banane ist einfach hier jetzt bei den Temperaturen, bei dem Wetter nicht mehr angebracht. Wie gesagt, gerade war halt Sonnenschein. Jetzt ist vorbei. Das heißt, der nächste Schritt ist, ich gehe einmal hier runter und ich gehe einmal hier oben hin, wo es richtig verschlonzt ist. Die beiden Stellen teste ich und dann gucken wir da mal rein, was da noch so geht. Ja, ich bin mittlerweile an einem anderen Spot hier angekommen und teste hier gerade die etwas anderen Köder. Also das heißt jetzt hier einmal Gewürze mit Preiselbeer in Kombination. Das andere ist jetzt einmal eher ins Fischige gegangen, also da eher leicht fischige Aromen. Und jetzt hier ist noch drauf Pfirsich und würziger Pfirsich. Hat gerade auch direkt geliefert. Gar nicht schlecht. Wir können ja gerade nochmal eben reingucken. Auch hier werfe ich jetzt gerade so knapp 10 Meter aus. Man kann auch hier 7, 8 Meter auswerfen. So ganz weit muss man ja hier nicht kommen. Man will ja höchstens hier so in diesem Bereich quasi hin ins Grüne. Weiter muss man ja hier nicht. Ich glaube hier vorne sind gerade schon Bewegungen drauf auf der Rute. Ganz leichtes Gezuppel. Hier ist jetzt Beerenmischung Rot mit Preiselbeere-Kräuterkombination. Ganz, ganz wild. Und hier haben wir dann nochmal Knoblauch und würziger Heilbutt als Dip. Einfach mal ein bisschen was Herberes drin. Wobei ich hier auch nochmal ein bisschen weiter rum experimentieren will und gucken möchte, was noch geht. Im Moment ist es okay. Es ist gerade noch schön in schwarze Amur reingegangen. Das war allerdings noch am letzten Spot. Danach folgte allerdings nur noch sowas Kleines. Und man sieht auch schon deutlich größere Abstände danach. Oder zwischen diesen Fischen. Das ist mir dann zu lange gegangen. Da war zu wenig Frequenz. Einen habe ich dann auch noch verscheucht irgendwie. Da habe ich mich vergriffen und habe den dann verscheucht. Der wäre noch eigentlich dazwischen gekommen. Pech gehabt. So, da habe ich mir gedacht, alles klar. Gehe mal zum anderen Spot. Weil an der Stelle da hinten jetzt, wo das alles voll ist mit Banane, da will ich dann ungern diese ganzen anderen Aromen reinschmeißen zum Testen. Wie gesagt, hier wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Direkt gegenüber hier in dem Bereich ist nochmal eine Möglichkeit. Dann hier hinten. Mega geil auch für Amure. Da werde ich auch gleich nochmal hingehen. Und vielleicht sogar hier vorne in dem Bereich auch nochmal hingehen. Also, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich habe auch in den letzten Tagen schon viel getestet an der alten Festung. Und zwar ganz simpel mit Mais. Basic. Einfach nur mit Mais. Zum Beispiel hier in dem Bereich. Mega. Hat richtig gut funktioniert. Also, wenn ihr noch nicht so weit seid, dass ihr sagt, okay, Pop-up-Montage und weiß der Geier was. Aber habt vielleicht schon ein Setup, was einigermaßen was aushält. Das heißt, gerne 10 Kilo plus. Also, vielleicht schon mit Level 19 eine Alpha 8000 gekauft. Oder beziehungsweise mit 20 dann schon eine HSV gekauft. Dann rein hier an die alte Festung. Und auch mal schön mit den Basics angeln. Ganz normal. Viererhaken bis Einserhaken. Wahrscheinlich eher ein Einserhaken auf Karpfen. Macht vielleicht noch mehr Sinn. Und dann Maiskorn dran. Kartoffel dran. Käse dran. Und so weiter und so weiter. Es zuppelt wieder los. Und es zuppelt nichts die ganze Zeit jetzt hier schon auf dem Knoblauch mit dem Heilbutt. Das ändern wir auch nochmal ab. Wir haben hier noch genug Auswahlmöglichkeiten hier. Trotz Ahn. Ne, warte mal. Ich mache mal Kokossahne. Oder nur Sahne. Komm, ich mache mal Kokossahne. Und da gehen wir dann auch nochmal entweder auf Sahne oder auf Kokossahne. Ich glaube ich nehme hier mal eher die Sahne Schwerpunkt. Kokossahne klassische Kombination ja. Ähm, die immer wieder gut funktioniert. Auf Karpfenartige. Speziell auch am Bärensee. Und da ist was dran. Aber irgendwas Lüttes nur. Hat auch gar nicht richtig abgezogen. Oha. Wieder ein Giebel. Giebel auf Pfirsich. Die können gerne reingehen. Dann aber auch so dick wie der letzte. So. Guck mal hier. Da zuppelt doch wieder was dran rum. Von den Schlägen her ist es glaube ich schon eher ein Amur. Die ballern halt ordentlich rein. Die zuppeln manchmal wie ein Rotauge. Also damm, dadam, dadam, dadam. Rotauge macht halt so kleine Schläge. Aber ein Amur. Manchmal auch die ganz kleinen. Die zappeln da richtig rein. Gib ihm auf den Arsch gehauen. Dem Beulie erstmal richtig einen geben. Guck mal hier. Guck mal hier. Zack und zack. Also. Hier ist nochmal der. Warte, 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 was ist das? Milchig? Ne, der ganz normale Pfirsich. Oh, guck mal hier. Schön. Und hier auf die Bärenmische geht auch was rein. Sehr gut. 5,5. Schmeckt. Mehr davon. Ohne, ohne irgendwas jetzt hier. Hier ist es gerade blank. Keinerlei Futtermische drin. Immer erst der erste Schritt. Blank reinschmeißen. Verschiedene Aromen testen. Das Aroma, was die ganze Zeit liefert. Dann nochmal ein bisschen spezialisieren. Kleine Futtermische mit diesen Aromen. Nochmal reinwerfen. Vielleicht auch gar nicht so viel. Und trotz allem kann es passieren, dass euch dadurch dann auf einmal das Bord kaputt geht. Warum auch immer. Passiert. So. Der hat sich immer noch nicht entschieden. Hier auch immer noch keine Reaktion. Auch auf der Sahne nicht. Hm. Ist mir gerade noch ein bisschen wenig. Ich bin gespannt, was in der Nacht geht. Wenn die Temperaturen jetzt sinken. Ich glaube, ich werde jetzt in der Nacht, wenn es kühler wird, mal eine Route hier ins 2-Meter-Loch werfen. In diese tiefere Stelle komme ich da hin. Ja, da komme ich hin. Also in dem Bereich werde ich werfen. Das sind tendenziell vielleicht eher 15 Meter. Gleich mal gucken. Die Schnur müsste dann ja ziemlich steil runtergehen. So wie das hier jetzt gerade ist. Das ist natürlich jetzt hier sehr flach. Ah, noch steiler müsste sie runtergehen. Genau. Also da werde ich gleich mal hinwerfen und gucken, ob sich da ein paar Fische hin zurückziehen. Und ja. Ich würde sagen, wir schalten dann gleich nochmal rein und gucken, wie es dann da hinten geht, ne? Ja, und ich bin mittlerweile am nächsten Spot angekommen. Hier jetzt der letzte Schniepi quasi am Fuß. Also ganz oben an der Spitze hier. Tja, das war die Stelle, wo ich Anno dazu mal im Jahr des Herrn mit Level 12, 13 mir meine erste Stippe zerbrochen habe. Ei, 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 ich weiß es noch, ey. Okay, genau an der Stelle hier. Verkehrt zusammengebaut, wie jetzt sich gehört natürlich. Als blutiger Anfänger. Und dann aus Versehen statt Mistwurm Tauwurm dran gekloppt. Und raps! Stand ich da mit meinem Zepter in der Hand. Katastrophe, ey. So, also ich teste und teste. Pfirsich hier auch nochmal. Also beziehungsweise ich fange jetzt hier auch nochmal wieder mit der Banane an. Das war gerade schon ganz gut. Geht auch direkt los mit der Banane. Und ich ballere hier auch nochmal mit Banane als PVA rein. Ich werfe hier vorne einfach so ein bisschen, ich will nicht so alles verschlonzen, beziehungsweise nicht so viel in das Grün direkt rein, weil ich keinen Bock habe auf irgendwelche Hänger oder sowas. Dann bist du hier, weißt du, am hintersten Zippel auf der Map. Und dann musste da irgendwie wegen so einem Hänger entweder neu starten oder es rupt irgendwie was ab oder, oder, oder. Wobei ich eigentlich vom Set so zusammengestellt bin, dass ich auch was rausreißen könnte. Also ich könnte hier den Haken wieder aus dem Gemüse rausziehen. So, zweimal Angelfutter-Mische am Spot. Ich hatte ja die größeren PVA's. Heißt also, ich habe jetzt vier Bällchen Futter-Mische da drin. Wenn ihr das PVA noch nicht herstellen könnt, einfache Futter-Mische herstellen. Ne, zack, Futter-Mische rein damit. Wenn ihr auch so weit noch nicht seid, dass ihr diese Komponenten verwenden könnt, auch nicht tragisch, gucken, normale Karpfen-Mische herstellen. Wenn ihr noch diese Karpfen-Mische nicht herstellen könnt, dann lasst das Ganze, geht schön auf Brassen und seht zu, dass ihr da die Skill-Punkte hochpuscht in der Köder-Beschaffung und in der Angelfutter-Zubereitung. Immer dran denken, Punkte reinmachen, sonst ist das alles Crap, was man da herstellt. So, ich teste jetzt hier nochmal schön auf Banane. Ich hoffe, es wird ein bisschen schöner. Ein bisschen Sonne kommt ja heute anscheinend mit dabei durch. Das wäre ja nicht so schlecht, also nicht ganz bewölkt. Das heißt, ich hoffe hier auf ein bisschen mehr Frequenz bei den Amuchen. Alter. Gerade noch von gesprochen, ne? Du kannst es dir nicht ausdenken, Game. Gerade noch von gesprochen, dass man ja hier auch gerne mal verhakt. Und da ist es ohne Meldung verhakt. Ja, damit ist die eine Route hier quasi gerade nicht mehr zu gebrauchen. Schade. Naja, die andere zuppelt allerdings noch. Ich hoffe nicht, dass der jetzt hier da reinschwimmt mit dem Köder. Hat gerade schon ein bisschen locker gelassen. Jetzt ist er dran. Okay. Ei, ei, ei. Ja, sowas macht man immer fettig, ne? Gerade wenn man halt hier am hintersten Schniepi ist. Ich habe hier auf zwölf Meter auch geklippt, dass ich quasi schön davor bin und nicht direkt im grünen Zeug. Aber der Fisch ist gerade reingeschwommen. Ich schlage an, ziehe und denke mir, Alter, der hat aber Gewicht. Ja, shit. Da hat er schon direkt losgelassen, schon direkt verhakt im Geschlonze. Das ist natürlich katastrophal, ne? Fisch zieht Schnur ins Grün und danach war es das. Und weiter geht's. Also, es ist wunderbar. Man merkt wirklich einen Riesenunterschied mit der Banane an der alten Festung. Auf jeden Fall mal testen. Schön, basic, einfach nur Pop-up mit Mais. Und, oh! Und dann gib ihm. Oh, der hat Bock, ey. Der hat Bock. Na? Oder ist der einfach nur... Der war einfach nur drauf, Alter. Der war einfach nur drauf. So ganz viel hat er gar nicht. Guck mal hier. Naja, gut. 13 Kilo. 13 Kilo schmeckt schon mal. 13 Kilo kann man schon mal machen. Auf einem kleinen Setup. Katastrophe, Alter. Auf einem kleinen Setup macht der... Macht der einen fix und fertig. Aber haben wir ja nicht. Also, 12 Meter geklippt. Einmal noch raus mit PVA. Dann habe ich jetzt ungefähr 10 Mal Futter mische an dem Spot. Das heißt, mehr mache ich erstmal nicht rein. 10 Bällchen. Wie gesagt, das PVA hier ist immer mit 2 Futterbällchen bestückt. Das mittelgroße. Immer umrechnen in Futterbällchen. Oder dann halt, wie gesagt, 10 Futterbällchen. So reinwerfen. Oder natürlich, wenn ihr gerade gezielt auf Amour ausseit, natürlich auch die ganz normale Graskarpfenmische. Oder was Süßes. Ich bin ja jetzt gerade mit Süß unterwegs. Heißt also Mais mit rein. Irgendwas, nochmal Mais in die Mische mit rein. Irgendwas, was halt süß ist. Es gibt ja Maiskörner auch noch. Mais Pellets. Also alles so in diesem Bereich als Basis. Vielleicht sogar Honig mit rein oder so. Das kann man doch ganz gut machen. So, ich würde sagen, den einen ziehen wir jetzt nochmal raus. Und gucken. Und da ist er losgelassen. Und gucken dann einfach mal eben im Café. Beziehungsweise im Shop, was das Ganze denn hier gebracht hat im Fischmarkt. Ich muss eh re-loggen mit der einen jetzt hier. Die hängt halt leider fest. Also gehen wir mal eben zurück zur Base. So, und dann sind wir auch schon wieder da. Ab zurück hier in die Base. Ach, guck mal hier. Dickgefette Brassen sind drin. 15 Kilo Hecht, Alter. Schleie habe ich nicht. Ich glaube, ich werde es gleich nochmal testen. Ich werde da, glaube ich, gleich nochmal hingehen. Und einfach wieder nur auf Mais. Schön mit den Basic Naturkühlen testen. Einfach nur auf Mais. Und gut ist. Also, hier haben wir nichts drin. Und hier sieht das Ganze ganz vernünftig aus. Was haben wir? 150 Silber. Schmeckt. Stündchen war das jetzt das Ganze. Viel Rumprobiererei war natürlich jetzt mit dabei. Jetzt, wie gesagt, wo die Sonne draußen ist, denke ich, geht da noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, die Stunde zuvor, wo ich wesentlich kürzer probiert habe, auf der Brücke mit verschiedensten fruchtigen Ködern. Einfach nur Mais und 1-0er-Haken. Eine super Frequenz auf Amure gewesen. Kann man wirklich gut machen. Also, mitgenommen. 150. Kratching. Ich renne wieder dahin. Petri Elümmels. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren. Einen Daumen da lassen fürs Video. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis zum nächsten Mal.